Na, ist wohl zu denen gejoint. Das ist nicht an der Muhr. Das ist witzig. Ich finde, bist du Heiler, ne? Nein. Stirb, Vorwald. Ich bin Tyrande. Bist du auch Heiler, oder nicht? Nein. Was sind denn sonst? Ich mag Tyrande nicht, ich will sie nur auf Level 10 machen. Was? Ich hasse sie. Das ist doch zum Heiler vom Spielen her. Hm, leider. Ja, weil ich Licht von Elun habe. Was behindert ist. Aber warum bleibt ihr denn da? Toll, dann geh ich mit den Varian jetzt mit toll. Ich würde auch Gans spielen können. Hm? Ist wahrscheinlich Gans. Hehehe. Hehehe. So weiß ich, wer mich nicht heilt. Ja. Ich hab unten Muradin und Lunara. Of course. Ich hab den hier austesten. Nein! 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 Komm ich! Komm ich! Schnell! Brunnen! Brunnen! Oh mein Gott. Ernsthaft? Ich hatte schon das Leben vom Brunnen und bin dann noch am Gift von Lunara verreckt. Ernsthaft. 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 Da ist ein, äh, Dings bei uns noch. Ah. 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 Oh nein. Ich hab den's. So was ich? Ich hab den's. Ich hab den's. Mit dem Tank gucke ich besser, glaube ich, dann wenigstens aus Ja, lauf halt die Haare hinterher, du bist doch ein Idiot, ey Oh, Payloads, müssen wir gleich hin Oh, Moment, ich muss schnell einmal chatten So, ihr habt gechattet Ich bin auf dem Weg zu unserer Fracht Ja Was ist das denn? Wir müssen sie beschützen Ich denke dann, dass hier wahrscheinlich irgendwo noch ein Ceratron rumhängt Ja Das Fiese ist, die können sich im Gebüsch verstecken und dann läuft unsere Fracht nicht weiter, wenn die in der Nähe sind Das ist böse Oh, ich muss Kann ich aber nur eins von den Dingern setzen? Oh, ja Doch Ich schieb sie an, ich schieb sie an, schieb So, und jetzt wieder aufteilen? Ja, normal schon Ich versuch mal irgendwie runter zu kommen Ja, Ceratol ist unten Der hat einfach nur gewartet, bis unten alle weg sind von uns Ich will ihm nicht in die Arme laufen Oh shit Er hat ein Camp unten eingenommen Ne, doch Oh mein Gott Zu zweit Sie sind hier unten zu dritt Sie sind hier unten zu dritt Crip 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 entgegen Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Und hier kommt unsere Fracht Vorsichtig Ich bin da Wie ich ein Snipe Ich bin hier unten zu dritt Ne, der hat gar keinen Bock Ja, fuck Nein, Morrell Oh, er muss ein Talent wählen Ich habe sie nur ein bisschen aufgehalten Sie schiebt unsere Fracht weiter zu dritt Was macht ihr denn da? Ja, wir sind nur zu zweit hier Wir sind nur zu zweit Varian ist abgehauen Ich hatte gar keinen Bock auf die Scheiße hier Aber sie ist da Na, die machen gerade ordentlich bei denen damage Ah Oh shit Hm Moment Was ist denn? Was ist denn? Naja Ach, gibt's nicht Ja, der DH hat die dumme Hurenfotz ist weggekommen Ja, der ist wieder unten Der Typ von neben hier auch Ratan ist was, glaube ich Hm Der alte Flinke Moment, du nur Pff Was soll das? Er nimmt dich halt einfach mit Ja, das macht halt gar keinen Schaden Das hat ihm nichts gehört Doch, er kann nicht Richtung Türme ziehen Und das macht dann halt den Damage Das ist halt das Reudige Das ist halt zu dumm dafür Hm? Das ist halt zu dumm dafür, hast du dich geschafft Ich hab' ich gehofft Wir müssen zu immer auf Fracht Ja, war ja auch mal Ja, war ja auch mal Das ist ja richtig nett von ihm Ja Seid ihr zu dritt da? Jo Jo Ja Wenn Barian hier bleibt, dann ja Ja Aber Tanks kommen schon mal deutlich besser klar als gestern Mit den ganzen Blastkanonen Oh nein, hier ist was im Gebüsch irgendwo Da war er Da hinten Okay, das geht nur hinterher Ich schiebe die Fracht Ich auch Kann ich mir ein Glitter vorstellen und werde dann geschoben? Ich glaube nicht Ne, ich werde zur Seite geschoben Was ist denn hinter denen, ne? Wow Assi Heil mich Also wenn das mal nicht episches Chromie-Play war, weiß ich auch nicht weiter Ich hab's gesehen Alter Komm, hol den Ich hab nichts Ich hab nichts Da Na, kacke Na Nein Nein Lauf weg Mal los Lauf weg Das nervt mich jetzt Ich mach mich auf dem Weg zu unserer Fracht Das Das Der darf mich auch Nein Oh nein, er ist hier unten schon wieder bei mir Ich muss das noch machen Okay, ich bin tot, aber ich lebe nur Nein, nein, nein Siehst du mich, Morell? Äh, ja Hilfe! Oh, danke, Varian, dass du auch mal deinen Arsch bewegen Oh, sieh Jetzt verstehe ich den Sinn dieses Passives Aha Ich hoffe, dir ist die Fracht von denen aufzuhalten Wir müssen langsam mal vor die kommen, sonst Ja, ja, wir sind gleich vor denen So Und jetzt deren aufhalten Natürlich Den gönne ich dir nicht Friss meinen Sternenregen noch Ja Alter, wieso bin ich so geslowed, verdammt? Ich muss die weg Wie einfach alle auf verschiedene Leute draufhauen und keiner von denen wirklich stirbt Und steppt, du Affe Ja, der steppt Voll Ihr müsst versuchen, noch das Dings mitzunehmen, das Keep Dann schießt unsere Payload nochmal Also dann haben wir bei der nächsten Payload zwei Schüsse Okay Das war's Das Camp Nee, das Keep hier Ah, Hilfe Und die Hacker Woll Nice Wohin ist verhüllt Na, na, ist verhüllt Arsch Fiener Junge Das war die Rache Ich kann mich heilen, dann komme ich schneller wieder ans Leben So, einmal bitte stehen bleiben Hallo Hallo Das ist geil Das gefällt mir Achso, Varian schieb Ich geh mal zu Varian und schieb unsere Fracht Das kreuzt sich hier gerade Ah Sech mal live So, wir haben das Keepdown Die können einfach gerade gar nichts mehr machen, das ist schon ein bisschen traurig für die Beim Uraldien Beim Uraldien Beim Uraldien Ja Ja Hi 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 Boom Aber weiter zurückschieben kann man die gar nicht Nee Auch unsere ist unten Ja Wir müssen jetzt eigentlich nur noch unsere Payload reinschieben, dann haben wir gewonnen Aber das Camp hier war nur zwei Verzweifeln Da ist ein D-Hacker unten Wir kommen in Angericht hin Der ist auch abgehauen gerade Der ist auch abgehauen gerade Ja wo muss denn das Camp hin Äh das, das Ding Ah Hallo der Hacker Ja lass mich mal in Ruhe Warum Boss, wir können ja immer unsere Payload Wie ihm hier unten ist ein Ceratull Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ceratull Unser Papa Ich sehe ihn aber gerade nicht Wo flimmert denn das? Da nicht Vielleicht Da flimmert das Da flimmert das Krass Läuft nach hinten weg Läuft nach hinten weg Völlig falsch gefolgt Oh shit Wenn dir schon mal ein Sternenregen Bitches Hallo Hallo Das ist mein Tod Ahja Nicht als... Ne Ey wo ist denn das Flimmern schon wieder Fick dich Mistkind Fick dich Mistkind Hallo Bullias Hallo 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 Läuft mit mir grad weg Oh ja hot Und ist tot Sehr hot Hot's hier Ja Cool Müssen nur diese dämliche Fracht reinschieben und gewinnen Ich bin gerade alleine gestorben Aua Kommt da jetzt ne zweite Fracht noch Ja Na warum blinkt das da so Was passiert denn hier grad? Ich weiß es nicht wir kriegen gerade Harn auf die Fresse Kannst du dich hier an den dranhängen oder so? Ja mach so gerade Ja Ich hab gedacht wohl ich muss das nur mehr heilen hier Ich hab gedacht wohl ich muss das nur mehr heilen hier Ich hab jetzt der Ceratol irgendwo Und ne doch nicht Hilfe 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 Da flimmert am Karren Der sitzt direkt am Karren Ich hab nichts Bin eh tot Das war zu greedy Tö mal durch Ähm die Fracht schießt zweimal wenn ein Turm down ist ne? Ja Ja Guck mal die haben auch nen Turm von uns down wenn die ihre Fracht reinkriegen Wir müssen unsere dusselige Fracht irgendwie reinkriegen Ja Ihr habt da oben noch ne neue oder? Ja Wo sind deren? Dann geh ich zu deren halt hier auf Deren ist grad gespawnt Die können ihre nicht nehmen Die müssen uns Äh genau das Schiebe unsere weiter unten wenn du das kannst Ne die wird sich mit deren kreuzen Alter wie da reinhaut der Bastard So ein Pedder Die Schimiere die Schimiere Mit drei Mann Mit zwei Der drei Na ja das Das hättest du nicht machen sollen Ja ich war da halt schon drin Aber Als mir die erst angezeigt wurden Weil ich schon In der Nähe und bin schon Lauf dahin Ihr müsst zur Fracht jetzt Ihr müsst an der Fracht feiten Das geht nicht anders Ich halte mal das an bisschen Warum fightet denn der Kälttaste da vorne? Na ja super Was soll ich denn alleine machen? Nein mach ich nicht Bulias Das war's Okay Was machst du nicht Bulias? Aufnehmen Ich nehme auf Ah ist okay Bullshit Mission abbrechen ist zu spät Ihr äh Dieser kleine Mission Ich möchte dass das gepiept wird bitte Ja danke Ich hab mir selbst mal einen Komment gegeben Okay Von mir kriegst du auch einen Ja auch Von mir kriegst du keinen Und den hast du auch nicht verdient Lol Lol Bullias Das hast du übertrieben ne Ja